Ich weiß, dass die mir angezeigt werden, aber wie? Da muss ich erstmal hinkommen. Mein Auto-Skills. Wir können gleich nochmal neu starten. Ja, es ist halt wirklich beeindruckend, wie beschissen du fährst. Ich bin ein Fahranfänger, sorry. Du musst eigentlich nur W drücken und gucken, dass du nicht gegen alles ranfährst. Das ist eine echt schlechte Quest für mich. Dann mach sie nicht. Das ist doch sowieso komplett irrelevant für Instoys. Das sind nur Minispiele. Kriegst du natürlich nicht mal was Besonderes. Okay, da oben hin. Wo sind die? Ist irgendwie wieder vorbeigefahren. Das sind fahrende Ziele. Ich bin wieder vorbeigefahren. So, erledigt. Du musst einfach nur fahren. Den Rest mach ich schon. Okay, aber wir haben immer noch Haus hoch. Mehr blau als... Ja, das kriegst du auch nicht mehr raus. Wollen wir gleich neu starten? Nein, es darf nur nicht voll werden. Das wird es schon noch. Ja, jetzt steht noch. Wie schaffst du das gegen diese Wand zu fahren? Was für Straße? Keine Ahnung. Krieg ich ja mal einen. Wie geht das? schwachen? Meine Skills... Aber der pinke Balken steigt auch nicht mehr an. Das ist einfach... Ja natürlich, weil du die Missionen machen musst. So, jetzt habe ich es erledigt. Scheiß Mission. Jetzt springen halt einfach irgendwelche Leute um. Irgendwelche Flussgänger. Ich streng mich an. Hast du nicht geschafft, ein eigentlich unverstellbares Auto sogar halb kaputt zu machen? Ja, so ziemlich. Und der blaue Balken ist fast voll. Fährst du bitte zurück. Zum fucking Ziel. Ich mach's. Wir sind eh gleich raus hier. Und verkehrt. Mach bitte einfach die Hauptposition. Bitte. Ich hasse dieses Spiel. Kannst du aussteigen? Ich glaub nicht. Nee, geht nicht. Versuch's. Ich muss das wohl machen. Du kannst auch hier mit so einem abbrechen. Ja, hey, komm. Bein hier. Steig doch an, du Eindruckratzer. Bein in der Fresse. Bein hier. Auf geht's. Jetzt weg von den blauen Punkten, oder was? Einfach Leute umbringen. Und nicht gegen alle fahren, bitte. So schön. Ich dachte, ich soll Leute umbringen. Ja, Fußgänger. Ja. Wenn du jetzt zu lange stehen bleibst, dann kommen jetzt wieder die ganzen... Ja, sorry. Und dann steig's blau. Ich bin scheiße hier drinnen. Versuch eigentlich ganz, spiel's nicht. Punkt. Es ist keine relevante Mission hier. Und es will nie die nulle Spiel. Ich hab's. Ich bin über die Brücke gefahren. Na toll. Ein paar Leute zerquetscht. Noch sind wir im positiven. Wow. So, jetzt muss ich zu den Zielen. Na komm. Zu den Zielen. Nummer eins ist erledigt. Okay, jetzt zurück. Nimm Kass. Habe ich doch keinen Durchblick mehr. Okay, wir haben Gleichstand. Loads wieder. Pink. Also da ist das Ziel. Ich versuch's. Ich stecke. Wo ist das Ziel? Fahr einfach die... Beende bitte einfach die Mission. Da ist das Ziel. Oder auch nicht. Der Ende bitte einfach die Mission. Du bist für die nicht gemacht. Habe ich hier was anderes behauptet? Na komm, da ist die. Na, das Shooterzeug kannst du ja doch gar nicht so schlecht machen. Aber das Fahren, das ist... Okay. Das ist das Ziel. Ja, ich versuch's jetzt. Warum läufst du jetzt... Warum läufst du dich? Das ist das nächste Ziel. Ja, du musst nur umdrehen. Deine Map Kenntnis ist unglaublich scheiße. Ja, ich bin halt scheiße da drun. Nein, dein Orientierungssinn ist... Überraschung. Wie lange kennst du dich schon, Maudi? Ja, aber in Minecraft weißt du immer, wo du zurückgehst. Immer. Nein. Irgendwo hier müsste das sein, oder? Ich habe absolut keine Orientierung. Null. Beende bitte die Mission. Das werden wir nicht hin... Ich seh, ich seh hier nur Rot und Grün und Blau und... Ich hab hier wirklich gerade... Sie hier Farben. So, nee, nee. Vielleicht schaffen wir es sogar noch. Glaube ich nicht. Oh nein, es ist wieder stuck. Okay, wir haben einen Gamebreaker, nee. Das musst du beenden. Wir sagen mal Gamebreaker. Weil das DLC wirklich scheiße ist. Es passiert in... 50% der Fälle, dass es nach dem... Das Ziel töten einfach zu nem... Dass du dann keine neuen Missionen kriegst und nicht weiterkommst. Können wir jetzt nicht noch Leute töten, oder? Doch, ja, jetzt, okay. Flammenwerfer brauchst du. Wo krieg ich den Flammenwerfer her? Ah, hier. Genau da. Vielleicht schaffen wir es jetzt doch noch. Fußgänger, Fußgänger, Fußgänger! Ja. Wenn ich es denn mal sehen würde. Oh, wir haben es geschafft, oder? Wir haben es voll... Jetzt müssen wir nur noch zum Ziel kommen. Das wird nichts. Du musst Fußgänger überfahren. Jetzt. Ich versuch's. Ich versuch's. Mehrere Fußgänger hintereinander entwickeln. Ich muss ans Ziel kommen, nur. Ach, du hast wieder ein Ziel? Okay. Dein ist gut. Ich fahr in die falsche Richtung. Genau in die falsche Richtung. Alles gut. Alles gut. Okay, da auf die Brücke muss ich hoch. Ich glaube, wir haben nicht mal mehr Verfolger. Alles ist entspannt. Du musst die nur noch zum Ziel fahren. Kannst du jetzt auch langsam machen? Du hast die grüne Feier. Du musst jetzt auch niemand mehr überfahren. Ich trotzdem hin. Versuch kein Damage... Versuch kein Damage mehr am Fahrzeug zu kriegen. Bitte, bitte. Das krieg ich definitiv hin. Das geht noch in die Luft. Fahr langsam. Fahr einfach sehr langsam, okay? Und konzentriert. Okay, wir haben Klassikmusik an. Einfach dran vorbei. Ja, genau. Ganz geschmeidig. Ja, genau. Es ist nur ein Kilometer, wie du fahren musst. Wir werden es kurz vor dem Ende verkacken. Halten. Einfach dran vorbeifahren. Ich halte jetzt. Ne, der fährt nicht weiter. Ich wollte halten. Da kannst du jetzt herzlich wenig für. Fahr mal bitte kurz zurück aus der Gefahrenzone raus. Ah, ne, okay. Sie können das kriegen überhin. 300 Meter. Ja, gut. Sag doch, wir verkacken uns. Nein, das schaffst du. Alles gut. Nein, nein. 100 Meter noch. Hallo. Ja, alles super. Da bist du, da bist du, okay. Sehr schön. Puh. Das war ja scheiße. Ich bete dafür, dass du niemals den Führerschein machst. Mach ich auch nicht. So. Haben wir den Schalt auch. Puh. Sehr schön. Jetzt haben wir sexy Kätzchens Vulgasmus oder Telefonfleek. Mach Telefonfleek bitte. Okay. Machen wir zur Entspannung mal ein bisschen was anderes. Was ich vielleicht auf dem Backen kriege. Was ich vielleicht auf dem Backen kriege. Schmeckst du bitte den Wagen? Ähm. In den Wagen einsteigen. Okay. Äh, ja komm. Du kennst die Taste fürs Einsteigen. Hat nur nicht funktioniert. Jetzt bist du am Anfang. Ja, ja. Ich habe auch dauerhaft Turbo. Das ist ein gutes Stück schwieriger. Ich habe jetzt schon weniger Unfälle als du auf der Strecke gebaut. Das sagte er. Ich habe keinen Schaden am Fahrzeug, oder? Noch. Rechtslang. Oh ne, geradeaus. teamed. Ich hab's schonen für ihn. Ja. Jetzt hab wir den Wagen los. Ich hab das Topos versabschieden. Ich hab das an Öl presentation. Nein, das ist immer noch von der anderen. Ich habe gesagt, das DLC ist ziemlich kaputt. Na toll. Es kann sein, dass wir es jetzt dauerhaft da stehen haben. Das Auto ist ziemlich kaputt. Ja, es braucht noch nicht. Ach du Scheiße. Es ruckelt bei mir massiv. Ach du Scheiße, ich habe Sprünge. Und mir steckt eine Autotür in der Autotür. Ich habe eine Diashow. Ich habe gerade eine Diashow. Zudem sind wir da. Also bei irgendjemand von uns kackt gerade die Internetverbindung ab. Moment, ich muss ganz kurz was machen. Also ich bin schon in der Story. Aber das sah gerade echt gruselig aus zum Schluss. Also an mir liegt es vor allem nicht. Hm. Dann wird es vor allem wieder an mir liegen. Wo da vor uns ein Gang. Aber wenn du willst, dass die Dekker weg ist, wie wirklich weg ist, dann ist es viel Arbeit zu tun. Okay, ich werde dich abholen, wenn ich mehr Hilfe brauche. Mein Bartvi sieht wieder wunderschön aus. In Zwischensequenzen. So. Und nun? Äh, Missionsschatten. Das waren nur Zwischensequenzen. Was müssen wir machen? Da steht immer noch der alte Text drin, Modi. Ja, ich weiß, der wird jetzt wahrscheinlich dauerhaft. Wenn du mal losfährst, Coop-Festung starten. Du wurdest gerade aus dem Auto rausgeboxt. Ich weiß. Kannst du bitte die neue Mission starten, weil das geht bei mir nicht. Was? Warum läuft die noch nicht? Weil das nur eine Zwischensequenz war, zu der wir gefahren sind. Ah ja. So, ich habe ein Auto noch. Ja, und aufgesicht sich auch Polizei. Pass auf zum nächsten Ziel. Zu Ginzis Versteck. Hier ist Ginzis Versteck. Ich bin schon fast da. Ja. Ja, und ich habe hier Polizei am Arsch. Mach einfach abhauen. Ich bin in einem LKW. Ich bin McKinzis Versteck. Ich habe Polizei hier. Ja, ja, ich bin auch gerade hier. Ich bin in einem LKW. So, ich gehe rein. Mach das. Ich bin in einem LKW. Ich bin in einem LKW. Ich will, dass dein Sub-Könnies in der Dekker-User-Nette ist. Dann kannst du mit den Avatars verwenden und mit den Avatars beantwenden Daten, die in der Online-Operationen sind. Für das brauche ich... Ein Neymol-Cherr, natürlich. Ein Watt-Cherr? Neymol, Neurological Electromagnetical Neuroscope. Der KGB hat den einzigartigen, den einzigartigen. Die Dekkers haben einen. Möglich. Wie können sie das Signal verlieren? Sie halten ihn hier. Klöver. Okay, Nerd-Time ist vorbei. Was ist das Ding? Und Kinsey für fuck's sake, behalte es einfach. Ich brauche den Stuhl, um die Dekkers zu stoppen. Danke. Kinsey steckt auch ein. Auf geht's. Wofür? Damit wir in den dritten Banden... Oh ja, ich kann es gehen. Verbesserungen, oder? Ja, hol mal eben den dritten Bandenplatz. Habe ich doch schon. Bandfähigkeit, Bande, Begleiter 3. Habe ich schon. Kann Begleiter Gesundheit 2 machen. Begleiter Hubschrauben kann ich auch machen. Ja, okay. Kannst du noch einen Begleiter holen dann? Oder sind wir zu dritten? Ich habe gerade einen Hubschrauber besorgt. Begleiter Hubschrauber. Das ist nicht genügend Geld. Ich kann über das Telefon Fahrzeuge liefern lassen. Hast du schon deine Bank abgehoben? Nö. Moment, ich auch noch nicht im Moment. Einen Begleiter willst du haben. Kannst du einen Begleiter holen, oder? Wenn es geht, wenn du noch einen Slot frei hast... Ich kann... Ich kann Oleg holen. Okay. Ist besetzt oder ist nicht besetzt? Bin mir nicht sicher. Ja. 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 Okay. Ich versuch's weiter. Du musst so nicht, wir haben oben gerade keine Slots. Du hast viel Mussel und ich habe Dinge zu tun. Okay, alle. Alle besetzt. So. 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 Okay. So. Wie üblich. So. 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 Okay. Zwei weitere Ging-Zino. Ja, jetzt brauchen wir nur noch ein Auto. Ist nur 200 Meter, wir können auch laufen. Molly, wollen wir laufen? Ja, ja. Ich laufe doch. Ich bin hier schon unterwegs. Ging-Zi folgt mir? Okay. Sehr schön. Ich bin nicht so schnell. Stunden später. So, hier muss das irgendwo sein. So. Na komm. Er steht noch. Kannst du mal ein bisschen helfen, Molly? Die beiden waren schon tot. Wir werden jetzt nur ein paar Minuten warten müssen. Oder ein paar Sekunden. Wir werden auch gleich explodieren. Moment. Ich würde nicht in der Nähe stehen. Stehe exakt in der Nähe. Wie geht es in der Nähe? Diese Dinge nehmen Zeit. Du solltest mir das machen lassen. Du solltest mir das machen lassen. Aha, die werden also explodieren. Jetzt hast du mich abgeschossen. Warum schießt du mich ab? Warum nicht? Das ist so drittes Ziel. 100 Meter. 100 Meter. Ich bin schon da, so ziemlich. Ich mit Kinsey noch nicht. Ich räume von hinten auf, Moment. Headshots. Da sind die anderen beiden. Oben sind sie. Laufen mit deinem Weg. Laufen mit deinem Weg. Ich entferne mich vom Ziel. Orientierung sind. 10 von 10 wieder. Laufen mit eine extra Runde. So, bin da. Hast du schon aufgeräumt? Alles tot. Der eine hier oben stört. Ah, da ist er endlich. Tag, ich komme jetzt auch mal. Ist Kinsey schon da? Ne. Der habe ich auch verloren. Die kommt schon nach. Die kennt ihr jetzt wieder. Na besser. Sehr schön. Gut. Oha. Ein Hei. Ja, das ist die Waffe. Wenn du mal zwei Sekunden warten würdest, in dem Spiel besuchen. Du willst du sowas auch mal öfter sehen. So, lange Platz. Ich fühle mich, ich rede hier befeuert. Und? Ja. Einfach ignorieren. Du musst in diesem Punkt genug leben halten. So, auf zum nächsten... Zum Hundschrauber. Ja, der Hundschrauber sollte hier landen. Ach, davon ist er. Ich komme. Oder auch nicht. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Fliegst du da auf die Küche? Weder noch. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Ich bin schon da. Einen Laseranken oder? Hmhm. Ja, vermutlich wegen mir. Okay, wir sollen jumpen. Jetzt. Oha. Was ist die Musik? Das ist ein Momentumkopf, ja. Da wir hier Musik haben, das hier ist ein mehr oder weniger Bosskampf. Ah, toll. Ich packe schon mal die Waffe aus. Luftschlag wird hier nicht viel bringen. Kannst versuchen. So, wo muss ich hin? Runter. Wie komme ich runter? Indem du die fucking Treppe, die einzige Treppe, die es gibt, runter gehst. Die geht nach oben. Ja, dann geh die andere Seite runter. Orientierungssinn und so weiter. Lauf bitte einfach mir nach, okay? Ja, ich sehe es schon. Da hinten. Du hast zwei Treppen. Eine füllt runter, eine füllt hoch. Du musst offensichtlich nach unten. Was tust du? Du gehst nach oben. Du bist auch jemand von dem, die in Mario nach links laufen, oder? Ja. Macht manchmal Sinn. In manchen Levels kann man dadurch den Stern finden. Die Sternenmünzen befinden sich manchmal direkt links neben dem Stern. okay, wir haben noch so einen Grün-Ninja. Wie ist das denn? Ich verbögel hier jeden im Nahkampf. Einfach weil ich es kann. Nicht im Fernkampf. Weil ich es nicht kann. Tja. Erster Router. Erledigt. Hier muss ich hoch. Oh ja. Schockhammer. Ok, ich habe hier einen Router zum Abschalten. Ok, ich habe den Router abgeschaltet. Und ich habe eine Waffe. Und ich werde angegriffen. Keine Sorge, der Hammer kommt. Und ich habe ein Router zum Abschalten. So, einer noch. Ja. 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 Da haben wir noch einen Router. Und das ist ein Router. Und das ist ein Router. G-Schaft. Stopp die Donuts. Missionen schafft. 11.000. Das ist der Atomkraftwerk. Burnsy ist nur ein dummes Ziel der Saints. Ah, sehr schön. Fantastisch. Tja. Tja. . Tja. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017